Moin Leute, herzlich willkommen hier wieder euer Mal It's Genius am Stiesl und wir sind gerade ein bisschen auf der Fototour ein bisschen im Wald rumlaufen, das Wetter kommt langsam gut raus und dann sind wir an der Straße hochgelaufen, die ist jetzt gerade gegenüber von mir, dann haben wir so, ah ja, da ist so eine Brücke oben, diese Brücke da haben wir gerade vorhin betreten und übergangen, dann haben wir was richtig geiles gefunden, ja, sind wir diese Brücke rübergegangen, sind wir da runtergegangen, dann haben wir was richtig geiles gefunden heute, also das ist wirklich der Burnerman, da machen wir jetzt auch ein paar Fotos und die seht ihr dann auf meinem Instagram Account, Instagram Account ist unten verlinkt, wie immer, das kommt ein paar Shots von dem, was wir gefunden haben, viel Spaß! Oh, Laura! Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo Leute, herzlich willkommen im Schnitt. Ja, egal. Ich befinde mich gerade im Schnitt von dem neuen Video, was jetzt kommen sollte. Aber ich habe gemacht, das Video wird etwas kurz. Deshalb habe ich noch etwas hinten dran gehangen. Was ich jetzt noch hinten dran gehangen habe, ist, wo ich beim Skaterplatz am Fotografieren war, habe ich ein paar Fotos und ein paar Timblattes gemacht. Werde ich jetzt einfach hinten dran schneiden, damit das Video länger wird. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Abonnieren nicht vergessen. Von allen Personen, die in den Fotos hochkommen, ist der Instagram-Account unten verlinkt. Von zwei oder drei weiß ich nicht, wie die auf Instagram heissen. Egal. Also, es sind ein paar Instagram-Accounts unten verlinkt. Schaut mal rein. Abonnieren nicht vergessen. Die Glocke aktivieren. Gebt ein Like nach oben. Das Video war echt relativ viel Arbeit, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.